S Wollte ich jetzt das MG hinstellen Ach so Einen Moment AG in Deckung jetzt schießen sie wieder Ja kann ich nicht ich hab das ACH Legs ab Alter, was ist denn da los? Geht's dir? Ja, ich wurde am Arm getroffen. Ja, ich auch. Ach, das Ding ist leer! Ach, das Ding ist leer! Oh... Oh! Oh... Der ist ein Gutschner- Alter, der ist schlass! Oh, was ist das? Ich bin hier. Oh, was ist das? Aua! Aua! Bumms und Jens ganz schön! Wenn wir Kriegermann am Rennen wie ein Antilokoman, wohlbefehle und ready, wenn ihr mein Team denkt, kein Zahnfaller oder Jettney Gold. Ich hab kein Sanitzeugs mehr. Moment, ich geb mal kurz Deckung. Wenn ihr Sanitätsmaterial braucht könnt ihr auch zu fahren. Ach, das Ding ist auch leer. Ich krieg die Krise. Ohne du Zuckerpuppe kommst zur Latte. Aua Latte, hilf mir. Ich will dich nicht in einem Salz hören, ja danke. Mir gehts gut. Mir gehts gut? Ich würd' dein Versagen, die Latte ist nicht akkert. Was hier ist eine Höhung? Ist genug? Kommt drauf an, welche? Over. Du, ich hab da zwei zur Auswahl. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Moment, ich markier mal für Shifty neu. Schifty von Schlucki kommen. Ja schon. Du kannst einmal die Linie, die ich auf der Karte markiert hab, entlang schießen. Check. Losgeräusche! Losgeräusche! Wir haben Ausfall! Was machen wir? Ausfall! Wir haben Ausfall! Wir haben Ausfall! Bei dir haben wir eine Ausfall! Ich verbinde ihn. Ich verbinde ihn grad. Ja, aber was? Ja, ein Torso. Ach du Scheiße. Er liegt bei 81. Und ich blute schon wieder. Danke. Ich hab gar nicht gekämpft. Ich hab gar nicht gekämpft. Nein. Von den blauen Bergen kommen wir. Kann ich nicht hören? Nein, ist das nicht? Das ist komplett rot. Ich hab meine Waffe, die ich freut. Ich bin starsthaft, um alle meine Beine zu begreifen. Wenn wir Sanität haben, auch... Schiff dir verraten. Ach so. Ja, aber von außen sieht es so aus. Ich hör bei mir ganz viel Sirenen. Bist du sicher, dass du keinen Einsatz hast? Nee. Jetzt prima. Ich hab das so einen richtigen Verbundes... Verbindes an dem blauen... Nee, ich verbinde dich ja nicht. Es sieht nur so aus. Ich steh auf normal. Ich glaub nicht, dass du mich hörst. Das Lied kenn ich schon, Renner. Kannst du... Mein Kopf tut weh. Hast du das auch schon? Was denn? Warte, ich blute jetzt erstmal. Kennst du das neue Lied schon? Nee. Auf der Mauer, auf der Lauer? Nee. Der Einzige, der jetzt bisher geschafft. Das war mal gewesen. Ach, ich bin eben. Gut. Keiner hat's dir zufällig. Absolut nicht. Ich bin wieder zufällig. Einfahrzeug. haben kaputt über die markieren auch das Status schiffen! Du sagst doch vorher gar nicht ernsthaft, oder? Alles klar, Status schiffen! Jaaa, gelb! Wurde am Kopf getroffen! Gelb, Status järgert! Nicht mehr anwesend! Alles klar, Status kün! Der mag mich nicht, der redet mich nicht verbreitet! Vielleicht ist er auch einfach verwundet! Ja, bestätige Ausfall! Südwestlich, auf der Straße! Ja! Noch ein Ausfall! Alter! Noch ein Ausfall! Check! Äh, ja doch, Maser wurde getötet! Ich geb' Feuerschutz, Moment! Ja, ich laufe! Nein, ich kann nicht mehr laufen, ich bin verletzt! Ja, dann gib du Feuerschutz! Dann geh mal wo die liegen, dann rauch ich die ein, dann könnt ihr sie holen! Ich komm jetzt raus, aber ich bin ein starker verblutet! Oh, Maser wurde getötet! Ja, komm zu mir, wenn's geht! Ja, ich schmeiß schon! Ich komme schon frei, aber... Shifty, ich hab zwei Ausfälle hier, ich brauch Unterstützung! Ah, ich leb' wieder, ich leb' wieder! Äh, 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 Schlucki? Jaaa! Bewege deinen Arsch in den URD Truck und optionier den auf der Straße! Aussteigen und zieh den hier rüber! Ne, ich geb' euch mal'n Deckung! Hätt' dir die Sandsackbarrikaden, Schlucki! Jaaa! Okay, reicht! Danke! Boah! Okay, alles klar? Jaaa! Ich hab'... Moment! Ich muss mir mal kurz durchchecken! Dann kann ich's so sagen! Jaaa! Blutdruck ist noch im... OK-Bereich! Herzfrequenz normal! Ach, shit! Ja, ich bin grad hier rübergekommen! Ich sitz grad in dem URD Truck im MG! Jaaa! Ich blute! Ja, Moment! Ich verbünd' mich grad! Hahaha! Ich hab' trotz... Trotz... Trotz der Ohrstöpsel jetzt'n Tinnitus bekommen! Das passiert! Da bin du dein Taube! Jaaa, check! Jaaa, check! Und bitte in den Medivac ver... verlegen! Mata, zur Information... Streichen, zählen der Auftrag, Medivac, komm! Jaaa, ich hab'... Jaaa... Jaaa, ich hab'... Jaaa... Ich hab'... Ja, ich hab das vermitteln, wir sind wieder in Funkreich weiter von den Kleinen. So verstanden. Willkommen aus Osten. 16. Weil wir nicht rumballern wie die Blöden. Ich hab so gut wie gar nicht geballert. Die Medic-Ausrüstung muss bearbeitet werden. Das ist vollkommen richtig, ich hab auch nicht viel geschossen. Also wir haben Sex-Magazin nicht Standard als Mini. Beschwerd euch doch, guck mal. Beschwerd könnt euch hinterher. Ob ihr behindert seid. Sollte wir Munition brauchen, ihr könnt die Munition bei mir einsammeln. Medic sammelt Munition für alle. Ich hab noch einen anderen Vorschlag. Ich hab noch einen anderen Vorschlag, Ben da. Welches Fahrzeug? Eine Blickflicht um Feld? Ja. 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 Er wird schneller hinlaufen. Das würde ich auch verneinen. Ich hätte aber auch noch eine andere Idee. Welche? Ja. Ja. Den Turm? Da sind ja noch jede Menge MG-Geschütze drin. Da kommt ein LKW. Ja. Ja. Das sind MG-Geschütze drin. Ja. Bestätiger müssen aber dann doch umschieben. Wir sehen auf der Hauptstraße Richtung Kaio einen Tempest-Transport mit Besatzungsmitgliedern. Wir fahren in unsere Richtung. Ja. Alles klar. Mach zwei draus. Und? Was? Wie bist du jetzt gestorben, Ben da? Sag mir das. Wir haben das Fahrzeug nicht rausbekommen. Und dann sagt der Baza irgendwann so. Schieß dir mal in den Kopf. Oder... Gezack, weil es stohlt. Pfff. 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 Herrlich. Weiß nicht. Bin ich eingestorben. Ja. Und wodurch bin ich jetzt krepiert? Funky Fire. Pfff. Ja. Wir haben ihn sich aus dem Panzer da nicht mal rausbekommen. Ja. Irgendwie ist der Panzer total scheiße. Keine Ahnung. Ja. Äh. Die Easy Company hat vor Ort nochmal alles aufgeräumt. Ähm. Schönen Gerücht? Ja. Ja. Nein. Das war nicht die Easy Latte. Das war die Fox Company. Die Verstärkung hat. Achso. Wann ich auch für ein Gerücht? Die Bravo hat alles gekreztet hier. Definitiv. Aber die haben die restlichen Feindlichen Überlebenden auch gekämpft. Das große Problem war nicht gewesen, dass ihr an den Rosetta wo ihr alle Durst gesessen habt. Rechts ein Feindkontakt in dem Busch. Richtig. Ich weiß zwar nicht wie der da hingekommen ist. Ich auch nicht. Ich war echt überrascht. Und ich hab dann gelebt und hab auf den geschossen. Aber irgendwie wollte der nicht umfallen die blöde Kuh. Nun war ich da. Ja, da hast du ihn aber noch ütet. Hab ich? Okay. Ihr seid beide gleichzeitig umgefallen. Ja, super. Nice. Genau vor auf der Karte rumzumalen. Aber Moons, warum machst du so'n scheiß Pilotenhelm aufm Kopf? Weil wir respawnen sind. So, hab ich das auch? Naja, du. Ich meine, den Penis mach ich jetzt mal weg. Wer das auch immer gemacht hat. Ja, Moons. Moons war das. Äh. Äh. Kann ich ihn töten? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich hab sowieso keine Waffe davon abgesehen. Ach so, du Waffe. Äh, da zeigt mir keiner an. Du hast eine in der Hand, Ben da. Äh, da zeigt mir keiner an. Nein, warum zeigt der mir die hier an, aber nicht? Warte mal, wie war das nochmal? Warte mal, wie war das nochmal? Steuerung. Vergesst doch mit den Regen wohl ein bisschen. Warte mal, Shift G, ne? Du ziehst doch auf mich. Was ist die überhaupt los? Übrigens, möchte ich euch auch noch was zeigen. Das ist, glaub ich, erst seitdem noch ein Abteil. Äh. Oh, oh. Ich zeig gerade mal einen in den Ampi hier rein. Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ne kleine Wanze. Seht euch diese Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Ididralala, 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 idralala. Oh, man. Und, das waren jetzt auch die Abschlussworte des Videos. Ähm. Jaaa! Der statements vorher was. Nach diesem Beispiel, doch, 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 irre, ach. Da muss ich noch mal laufen, äh. Töhn, doch. Ehm van dem från Balkenhof, der, wo oben wir. Und der Schiski ist genau so wild wie hier. Nou? Der Huh? Föder stöhnen der Fresse, sieht your aus, wie, wenn noch weit kommt grad nicht drauf. Pfff, ich bin schon mal Erik, weißt du, könntest du ruhig nur mitmachen hier Ja, was? Ja, ich... Ja, ja, alles klar Ich bin auf dem Deut und du das So, das ist neu Und äh, unser Flutpark Bahne Ersteuerndes Schluss Hütchen Schluck ihn nochmal auf Ja! Ich bin hier 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 Ich kann das doch so nicht Äh? Da stand nur, da stand nur wieder ein Lieblingsbuch Ne, 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 das hast du mir auch nicht gemacht Als, äh, ich hier mit Bender vor zwei Wochen die Einweisung hatte, da standen die schon und da... Ja, das ist neu Bei Äh 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 Tacko hin! Tacko hin! Tacko hin! Nee Tacko hin! Tacko hin! Tacko hin! Tacko hin! Tacko hin! Ja! Also, hier ist ich das war auch so das ist zu genau das ist zu gar nicht mehr aufschöpft Bahn Fick dich NUR Ah Zeigst du sind 15 Tonnen Nein Bank Bank Ach man Er soll jetzt sagen die die Abmoderation machen. Dann musst du sie machen, Shifty. Was? Die Abmoderation. Sag mal. Die Abmoderation? Die Abmoderation vom Video soll sie machen. Soll ich, Shifty, wie man eine Abmoderation macht? Ja, tschüss sagen. Vielen Dank. Sehen uns das nächste Mal. Genau so macht es jetzt nochmal. Einfach mal danke fürs... Ich hoffe, da kommt es zu den Outtakes, ne? Und es gibt... Sag einfach vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis mal, ob ihr alle behindert seid. Also, ihr habt es gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, die Bravo Company macht eine Mission. Hier bei Maputo LP. Ciao. Hier bei Maputo LP. Mir geht das nur von euch raus. Ich brauche heute ein Mein Kampf. Riesige Welsen. Meine Suche... ... ... ... ...